Hallo zusammen, ich melde mich mit einem weiteren Video aus unserer Reihe mit den Politikern. Ihr habt die Diskussionsrunde vielleicht schon gesehen mit den vier Liegeleisern im Bundestag, die Drogenpolitischen Sprecher, wo ich den SPD-Sprecher jetzt auch mal dazu zähle, zumindest als Person. Und die Einzelinterviews, die eben jetzt alle kommen. Und jetzt heute bin ich im Büro von Kirsten Kappert-Gonther, die Drogenpolitische Sprecherin der Grünen. Kirsten, ich habe mal ein bisschen noch mal nachgeguckt über deine Person, was bisher geschah sozusagen. Rasse da jetzt mal ein bisschen runter, wenn irgendwas nicht stimmt, wenn Wikipedia-Quatsch erzählt. Was bisher geschah ist sehr schön. Du bist Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie, hast eine eigene Praxis gehabt von 2005 bis 2017 und warst in der Bremer Bürgerschaft von 2011 bis 2017 und seit 2017 im Bundestag. Also eine Legislaturperiode jetzt, also auch ein Frischling sozusagen, hast jetzt gerade die erste hinter dir. Aber du bist auch die einzige von meinen vier Gästen sozusagen, Drogenpolitische Sprecher, die ganz sicher wieder in den Bundestag reinkommt. Naja, sicher. Also ich bin in Bremen die Spitzenkandidatin, aber auch da müssen die Bremerinnen und Bremer jetzt mal grün wählen, sonst wird es nichts. Aber sehr wahrscheinlich ist es. Gut, also Platz 1 auf Verliste, das ist ja schon mal ziemlich solide. Ich hoffe auch sehr, dass das reicht, ja. Ja, genau. Zwei sind ja ganz weg, die sind auf jeden Fall weg, Schindenburg und Movassat. Was sehr schade ist tatsächlich, also weil das natürlich gut war, wenn man so miteinander sich kannte und wusste, auf wen man sich verlassen hat. Ja, und Heidenblut, der die SPD hinter sich hergezogen hat, der zittert noch im Wahlkreis. Das hoffe ich auch tatsächlich sehr. Warum bist du in die Politik gegangen? Was war deine persönliche Motivation, offensichtlich schon länger her zu sagen, jetzt gehe ich zu den Grünen, jetzt ein bisschen Kommunalpolitik oder so, ich mische mich da jetzt ein? Also seit 20 Jahren bin ich Mitglied bei Bündnis 90 Die Grünen und ich habe aber, seit ich in der Pubertät war, mich politisch engagiert. Das war damals die Zeit der Anti-AKW-Bewegung und der Friedensbewegung. Und dann habe ich im Aster, als ich da Medizin studiert habe, mich auch in der Grün-Bund-Alternativen-Liste, das war so eine grün-nahe Aster-Liste, sehr engagiert im feministischen Referat und im Referat Utopie und Bildung. Also die Frage, wie baut man Bildung um? Und ich bin ja Psychiaterin, also Fachärztin für seelische Erkrankungen. Und das war mir also sehr, sehr früh bewusst oder die Erfahrung habe ich sehr früh ärztlich gemacht, dass unsere Gesundheit immer auch von den Lebensumständen abhängt. Und gerade als Psychiaterin ist es so deutlich geworden, dass Wohnen, Arbeit, Freizeit, die Frage, habe ich ein eigenes Bankkonto? Das sind alles relevante Fragen dafür, ob ich mit einer seelischen Krise besser oder schlechter zurechtkomme. Und die ganze Erfahrung auch mit Menschen, Menschen mit seelischen Erkrankungen, haben ja auch häufig zusätzlichen Substanzgebrauch. Gar nicht, dass die Substanz zu der seelischen Erkrankung führt, sondern dass sich das so in dem Kontext entwickelt. Und dann die Erfahrung auch immer wieder zu machen, wie Kriminalisierung über, also Cannabiskriminalisierung, ganze Biografien zerstört. Das sind ganz prägende Erfahrungen für mich gewesen. Oder aber auch Erfahrungen, dass eine depressive Person, die ich gut helfen konnte, so hoffe ich doch, dann zum Jobcenter ging und da gab es die Sanktionsandrohung. Und dann brach das alles zusammen wie ein Kartenhaus. Nee, gar nicht mehr nur wegen Kiffen, sondern einfach, sie haben sich nicht gemeldet und jetzt gibt es hier mal diese Sanktionsandrohung. Also dieses Überreglementieren von, du musst das so machen, sonst bist du quasi raus. Das sind Dinge, die sind ganz, ganz schädlich für Persönlichkeitsentwicklung, gerade für Menschen in schwierigen seelischen Phasen. Und das war so für mich dann vor etwa 20 Jahren der Grund, wo ich gesagt habe, jenseits meiner ärztlichen Arbeit will ich mich auch wirklich richtig parteipolitisch engagieren. Und bin dann erst kommunalpolitisch in so einem Stadtteilparlament zuständig gewesen. Und dann eben in der bremischen Bürgerschaft, da habe ich ja auch schon Gesundheits- und Drogenpolitik gemacht. Und dann gab es eben die Erfahrung, dass die großen Linien, gerade die drogenpolitischen, aber auch die gesundheitspolitischen großen Linien, die werden eben im Bundestag entschieden. Und dann war es mir ziemlich klar, dass ich den Weg machen möchte. Und zusätzlich, das grundiert alles, weil man kann sich auch fragen, warum Bündnis 90 die Grünen? Für mich grundiert diese Frage des Klimaschutzes und des Umweltschutzes wirklich alles. Weil wir wissen, dass der Klimaschutz auch die Gesundheit massiv beeinträchtigt. Also von daher bin ich sehr, sehr bei Hart bei den Grünen verordnet. Nicht nur aus drogenpolitischen, sondern auch aus klimaschutzpolitischen und aus gerechtigkeitspolitischen Fragen. Jetzt hast du die ersten vier Jahre hinter dir. Ein paar Wochen jedenfalls. Heute, wo wir das Video drehen, ist übrigens mal Afghanistan-Abstimmung. Wie war das die ersten vier Jahre als neue Erfahrung im Bundestag? Ungefähr so, wie du dir vorgestellt hast? Oder schon, was sind so deine wichtigsten Erkenntnisse? Also es war tatsächlich für mich noch mal besser, als ich gedacht hatte. Also ich bin ja nach sechs Jahren parlamentarischer Erfahrung im Landtag hierher gekommen. Und in Bremen regieren wir ja seit vielen, vielen Jahren mit. Das heißt, ich kannte Regierung. Und hier war ja klar dann relativ, naja, so schnell am Anfang der Legislatur nicht, aber dann irgendwann im Verlauf der Verhandlungen, dass es Opposition würde. Leider muss ich sagen. Und dann war für mich so die Frage, wie geht denn das überhaupt außer Opposition? Kann ich da Akzente setzen? Gibt es Dinge, die man auch bewegen kann außer Opposition? Und das ist für mich eine total tolle Erfahrung gewesen, zu sehen, ja, wir können auch außer Opposition, wenn wir sozusagen klar sind in unserer Argumentation, und ein bisschen geschickt so im Umgang oder im Kontakt auch mit den Kolleginnen und Kollegen der anderen Parteien, dann können wir eben auch oder konnte ich auch Akzente setzen. Und von daher siehst du mich zwar nicht zufrieden mit dem Ergebnis, also gerade drogenpolitisch, darüber werden wir ja noch zu reden haben, das ist ja im wesentlichen Stillstand jetzt mal gewesen, was auf dem Papier ist. Aber von der ganzen Entwicklung her siehst du mich wirklich sehr, sehr zufrieden, weil ich denke, dass wir auch über gute, vernunftgeleitete, gut validierte Argumente richtig schon was geschafft haben. Das klingt schön zuversichtlich. Drogenpolitik war von Anfang an dabei, hast du ja schon beschrieben, schon beim Eintritt in die Politik, ja, muss sich drogenpolitisch auch was verändern. Bist du in den Bundestag gegangen, um drogenpolitische Sprecherin zu werden, oder ist das dann, warst du nur eine von mehreren möglichen Kandidatinnen, und ist mehr oder weniger zufällig dann bei dir gelandet? Also ich hatte nicht dieses dezidierte Ziel, wählt mich, damit ich eure drogenpolitische Sprecherin werde, aber als ich dann, also dass ich einen gesundheitspolitischen und drogenpolitischen Hintergrund habe, das war ja klar, auch im ganzen Wahlkampf, und dass das mein Schwerpunkt ist, und tatsächlich auch nicht nur mein Schwerpunkt, wofür ich so brenne, sondern auch der Schwerpunkt meiner Expertise. Ja, das hat ja auch gewisse Vorteile, weil ich einfach weiß, wovon ich da spreche. Und als ich dann gewählt war und Mitglied der Fraktion war, dann, ich weiß das gar nicht mehr ganz genau, wie das sich entwickelt hat, aber es war relativ schnell klar, dass die Drogenpolitik bei mir landen würde, auch weil Harald Terpe, mein Vorgänger, in dessen Büro wir hier übrigens auch sitzen, ja, also ich habe auch die Rohräume übernommen, eben ausgeschieden ist, und dadurch war klar, da gibt es auch eine Vakanz, und es war eben, glaube ich, ziemlich allen klar, dass es da mit mir eine Person gibt, die das einfach gerne, aber auch fundiert vertreten kann, das Feld, und dann war das so, also da gab es jetzt intern, also ich habe zumindest keine größeren Debatten mitgekriegt, soll das jemand anders werden? Okay, ja, mit der Expertise muss ich gerade irgendwie erstmal drüber wegkommen, weil manche drogenpolitischen Sprecherposten werden ja nicht nach Expertise besetzt. Du musst gerade mal abschütteln, den Gedanken. Aber besser ist ja, sie werden nach Expertise besetzt, und ich finde, das passt irgendwie. Also diese Position und das, was ich irgendwie weiß und kann und einen Erfahrungshintergrund habe, das passt schon ganz gut zusammen. Ich habe mir gedacht, bei dieser Serie mal die Message vorzuziehen, wo man am Ende immer fragt, was willst du den Zuschauern noch sagen? Ja, jetzt sind sie noch alle da sozusagen, haben wir noch nicht wie üblich bei YouTube die Hälfte schon abgeschaltet zum Ende des Videos. Ach so, ich würde doch empfehlen, ihr bleibt diesmal die ganze Zeit dabei. So lange wird es auch nicht, wurde mir gesagt. Ja, da bin ich auch schwer dafür, aber jetzt hast du sie jedenfalls alle noch am Wickel. Also deine Message an unsere Zuschauer, was ist das Wichtigste, was du denen mitgeben willst? Wo gucke ich hin? Da? Ja. Also, was ich euch mitgeben möchte, ist das, was ihr alle wisst, die Prohibition ist gescheitert, es ist Zeit für vernunftgeleitete Drogenpolitik und im Bereich Cannabis bedeutet das endlich kontrollierte Freigabe, weil es eben für den Jugend- und Gesundheitsschutz die Grundlage ist, dass wir das Cannabis vom Schwarzmarkt wegnehmen und in Fachgeschäfte überführen. Und ich finde nach wie vor, dass unser Cannabiskontrollgesetz von Bündnis 90 Die Grünen hier eine exzellente Grundlage bietet. Also drogenpolitisch ist das die Message und grundsätzlich möchte ich euch aber auch noch sagen, die ganze Klimakrise, die ist nicht irgendwie sonst wo, die ist hier und die ist jetzt und die gefährdet ganz konkret unsere Gesundheit. Die bedroht die Menschen, was die Hitze anbelangt, Allergien steigen und Klimaschutz ist Gesundheitsschutz und das ist etwas, wofür ich zusätzlich brenne. Und wenn ihr euch Gedanken macht, wen ihr wählt, dann empfehle ich zumindest Bündnis 90 Die Grünen. Nicht nur drogenpolitisch, aber auch drogenpolitisch. Prima, da können wir gleich nochmal ansetzen. Nochmal grüne Drogenpolitik, du hast jetzt schon gesagt, Fachgeschäfte, Legalisierung, klare Sache. Was kommt noch, was gehört noch dazu zu grüner Drogenpolitik? Kannst du mal grob skizzieren, was alles da mit im Topf liegt? Ja, ich finde es total gut, dass du das fragst, weil für mich, also wir haben uns ja im Gesundheitsausschuss viel auch mit Cannabis-Kannabiskontrollgesetz beschäftigt und das ist schon auch eine ganz, ganz zentrale Forderung, dass wir da jetzt mal endlich vorankommen. Grundsätzlich ist unsere ganze Drogenpolitik und die Drogenpolitik, so wie ich sie vertrete, immer folgt einem Primat und das ist Gesundheitsschutz. Und wenn wir uns die Drogenpolitik angucken, wie sie jetzt ist, ist es eben sozusagen gesundheitsgefährdende Drogenpolitik. Und was wir wollen ist gesundheitsschützende Drogenpolitik. Und das heißt auch, dass Menschen, die mit Drogen eine Entwicklung genommen haben, dass sie süchtig geworden sind, dass es da eben darum geht, kriegst du schnell Hilfe und kriegst du Guthilfe und kriegst du auch überall, wo du gerade steckst, Hilfe. Und das spricht die ganze Substitutionstherapie an. Wir haben in Deutschland die Situation, wir wissen ja, dass für Menschen, die eine Heroin-Sucht haben, dass Substitution, also die Behandlung mit einem entweder Ersatzstoff oder, wie ich finde, noch besser mit mit der Originalstoffvergabe, einem Diamorphin, ausgezeichnete Verläufe nehmen können. Und dass das für die Menschen eine riesige Hilfe ist, wenn sie da eben Behandlung bekommen. Und das wird aber im Moment auch den Ärztinnen und Ärztinnen, die Substitution anbieten, unnötig schwer gemacht, gerade die Originalstoffvergabe. Also da muss sich etwas ändern. Und wir haben, deshalb habe ich das absichtlich gesagt, dass das für alle Menschen gelten muss, einen richtig eklatanten Mangel in den Gefängnissen, in den Justizvollzugsanstalten. Da haben wir Menschen, die haben keinen oder nur total unzureichenden Zugang zu Substitutionen. Und ich halte das für, sagen wir auch ärztlich, medizinisch überhaupt nicht vertretbar. Also gute Verbesserung der Substitutionstherapie. Substitutionstherapie. Wir hatten jetzt unter Corona die Möglichkeit, hat diese Regierung zum Glück, so ein bisschen schubsen und drücken, aber gemacht, dass diese Take-Home-Menge, die Menschen mitnehmen können, im ambulanten Setting, ausgeweitet wurde. Und das soll jetzt nach Corona wieder zurückgenommen werden. Das ist totaler Unsinn. Das ist medizinisch Unsinn. Alle Suchtmedizinerinnen sind sich völlig einig. Das muss man verstetigen. Also Substitutionstherapie ist das eine. Dann das Zweite ist natürlich Drug-Checking. Wir haben eine Drogenbeauftragte, die sich Drug-Checking-Projekte auch angeguckt hat und gesagt hat, das findet sie grundsätzlich erst mal vernünftig. Da denkst du ja, ja wunderbar, also irgendwie eine vernünftige Position. Es ist auch sehr vernünftig. Aber dann ist mal rein gar nichts passiert. Sondern wir haben die Situation, dass die Bundesländer, die gerne Drug-Checking anbieten möchten, wie Berlin, aber wie zum Beispiel auch Bremen, mein Bundesland, bundesgesetzliche Hürden haben, dass es nicht geht, weil der Besitz der Substanz eben illegal ist. Und das heißt, wenn dann beim Drug-Checking ein bisschen was abgekratzt wird und die Person, die das untersucht im Labor, hat das ja für die Zeit, dass die dann quasi potenziell kriminell ist. Also das ist natürlich Unsinn. Also Drug-Checking ermöglichen und auch das ganze große Thema legale Drogen, also Nikotin und Alkohol. Wir haben ja diese Legislatur, das Werbeverbot für Tabak, nicht ganz so schnell, wie ich das gerne gewollt hätte, aber immerhin durchgesetzt. Und das ist zum Beispiel ein Erfolg von der Opposition, also in dem Fall von uns oder von mir auch. Also da ist es zum Beispiel richtig, richtig gut gewesen. Aber das ganze Thema Alkohol, da traut sich kein Mensch in der Politik ran. Wir haben aber richtig, richtig schlimme Situationen für Menschen, die alkoholkrank geworden sind. Wir haben in ganz vielen Städten keine gute Alkohol-Suchthilfe-Struktur und wir haben auch keine wirklich guten präventiven Ansätze. Das heißt, wir brauchen auch wirklich eine Alkoholpräventionsstrategie. Und das heißt nicht, niemand darf mehr irgendwie trinken, aber wir müssen überlegen, wie schaffen wir es, dass vielleicht weniger Menschen süchtig werden oder mehr Menschen so einen Umgang mit der Substanz Alkohol entwickeln, die eben dann nicht dazu führt, dass sie schwere Folgen davon tragen. Und das ist natürlich eine Absurdität der aktuellen Drogenpolitik, immer zu sagen, irgendwie hoch die Tassen. Aber Cannabis darf nicht sein. Da wird mit so unterschiedlichen Maßnahmen gemessen und das ist natürlich totaler Blödsinn. Also immer, das ist eigentlich das, was ich sagen möchte, Gesundheitsschutz. Ja. Ich habe ja jetzt auch mich intensiv wieder mit den Programmen befasst und mache das auch schon ziemlich lange und sehe da so die Veränderungen in den Feinheiten und so. Was ich interessant finde, ist die Entwicklung bei der Frage Prohibition grundsätzlich in Frage stellen. wenn man sieht, die ganzen Auswirkungen der Prohibition des Verbots bei Cannabis, die wiederholen sich ja bei anderen Substanzen genauso mehr oder weniger. Jetzt weiß ich auch, dass wir nicht alle Zuschauer mitnehmen, wenn wir mal sagen, okay, wir müssen irgendwie die Märkte für alle Drogen irgendwie regulieren. Ich finde es persönlich aber richtig und die Grünen sagen auch schon lange, auch in den Programmen ist ein grundsätzliches Problem. Konkret werden sie aber nur bei Cannabis, wie die Linken genau das gleiche Spiel. Sagen dann Cannabis, daraus folgern wir Cannabis zu legalisieren. Obwohl eigentlich, was vorher gesagt wurde, grundsätzliche Prohibitionskritik für eine Regulierung aller Drogen sprechen würde. Und dann bleibt man aber irgendwie im Wagen, wenn man weiß, okay, dafür ist die Zeit noch nicht reif. Aber ich glaube zum Beispiel jetzt der Unterschied zwischen dem aktuellen grünen Programm und dem vorigen ist, dass da irgendwas von mittel- bis langfristig drin stand, sollen alle Drogen reguliert werden. Und der Teil ist jetzt weggefallen. Es steht jetzt nur, grundsätzlich soll alle reguliert werden und zwar nach Gefährlichkeit. Genau, nach Schadenspotenzial. Also ich finde, das ist schon mal eine sehr gute Aussage, dass wir es drin haben. Es ist auch die Aussage drin, für Drogen soll grundsätzlich nicht geworben werden. Also finde ich auch eine ziemlich starke Aussage. und dass eine Prohibition grundsätzlich erst mal dazu führt, dass alles auf den Schwarzmarkt verschoben wird und dass es auf dem Schwarzmarkt eben natürlich keinerlei Chance für die Konsumierenden gibt, sich auch zu informieren, was ist der Gehalt, der Substanzgehalt, egal jetzt welcher Droge, dass es gar keine Chance gibt, sich zu informieren, und was wird womöglich noch beigesetzt. Das ist ja mal, sozusagen, eine nachvollziehbare Beobachtung. Und dass Schwarzmarkt schlechter ist als Regulierung und kontrollierte Abgabe, das ist, sozusagen, das ist in der Suchtmedizin einfach eine sehr etablierte Position. Und ich finde, die Aussage, die wir da treffen, in unserem Wahlprogramm, zu sagen, für Cannabis haben wir ganz glasklar das Cannabiskontrollgesetz, und das ist erst mal der Goldstandard, den wir vertreten und den wir verhandeln. Und für die anderen Drogen sollte man eine, das ist ja mein Vorschlag, eine wirklich ernsthafte Kommission von Wissenschaftlerinnen und Drogenhilfe-Menschen und Menschen, die sich wirklich richtig auskennen mit diesen Substanzen, einsetzen, um dann mal zu gucken, wie kann man überhaupt verschiedene Substanzen nach dem Schädigungspotenzial, das muss ja das führende Motiv sein, wenn wir das ernst nehmen, was ich eingangs gesagt hatte, Gesundheitsschutz, wie kann man die gemäß dessen regulieren? Also, wenn wir uns auf diesem Weg uns überhaupt mal machen würden, also ich glaube, da wären wir schon mal, also, 1.012 Schritte weiter als jetzt. Wie die Strafrechtsprofessoren, die auch vor Jahren schon gefordert hatten. Ich finde, das Programm auch teilweise, man merkt dem an, dass so ein bisschen mit der heißen Nadel gestrickt wurde oder der Entstehungsprozess ein bisschen chaotisch war mit diesem Online-Parteitag und 3000 Änderungsanträge und so. Bisschen merkwürdige Formulierungen zum Teil, aber zum Beispiel eben auch keinen Eigenanbau erwähnt. Kann ich mir eigentlich nur als organisatorischen Fehler vorstellen oder so? Oder ist das wirklich Absicht oder was? Ich meine, Eigenanbau gehört doch rein in so ein grünes Programm, oder nicht? Ja, Georg, da steht ja drin Cannabiskontrollgesetz und im Cannabiskontrollgesetz ist der Eigenanbau drin. Wir haben ja gar nicht alle Unterpunkte des Cannabiskontrollgesetzes drin. Also ich finde, ich bin mega zufrieden mit diesem drogenpolitischen Kapitel. Also ich finde, das ist ein sehr solides, sehr progressives und auch wirklich gut eindeutiges Programm, was wir da aufgestellt haben. Also ich war wirklich, als ich dann die Endfassung gesehen habe und ich war ja an den Formulierungen auch sehr beteiligt. Also ich war wirklich richtig, richtig froh. Und um das mit dem Eigenanbau zu sagen, was da unsere grüne Position ist und die ist ja eben gut hinterlegt, ist, dass das Eigenanbau natürlich, sozusagen, dass der genehmigt wird und da ist ja immer das Gegenargument, ja, wie soll man das kontrollieren? und da würde ich sagen, wir können sowieso nicht alles immer dauernd kontrollieren und wir werden auch nicht die Situation haben, dass alle Menschen, die Cannabis konsumieren möchten, auch anbauen, ja, das wird nicht so sein. Also ich, ich kaufe meine Tomaten auch im Bioladen und baue die nicht selber an, obwohl ich das natürlich dürfte. Ich kann auch Gurken anbauen, was ich will, ja, und so, so wollen wir halt, dass Menschen auch Cannabis anbauen können und sich damit dann natürlich auch total unabhängig machen von anderen, von Geschäften oder irgendwelchen anderen Interessen und natürlich dann ganz genau wissen, was da drinnen ist. Ich glaube gar nicht, dass das so, so, so viele Menschen machen werden, aber die, die das machen wollen, die müssen das natürlich rechtssicher machen werden. Habt ihr dann auch in den Ballprüfsteinen nachgeliefert, die konkrete Aussage pro Anbau, und ich kann auch bestätigen, dass im Entwurf das Cannabiskontrollgesetz natürlich drin steht, aber es ist dann wirklich sehr Nörderei im Detail, im Programm steht nämlich nicht auf Grundlage unseres Entwurfs für ein Cannabiskontrollgesetz, sondern sie wollen legalisieren auf Grundlage eines Cannabiskontrollgesetzes, ja, dadurch kann ich im Prinzip dann diesen Rückgriff auf den konkreten Entwurf für Eigenanbau nicht mehr so richtig gelten lassen, ne, so muss ich schon sagen, Anbau steht nicht so richtig im Programm, ne. Also das finde ich jetzt aber wirklich mal sehr spitz, finde ich, ja, also ich kann sagen, wir, also es ist gar keine Frage, dass wir den Eigenanbau sind, ermöglichen wollen, so. Auch ein bisschen darauf gewartet habe, war so der Satz, der sonst eigentlich auch immer drin steht, wir wollen Drogenkonsumenten grundsätzlich entkriminalisieren. Habt ihr den auch bewusst rausgelassen? Da steht er nicht mehr. Ja, aber es ist so. Ich habe überlegt, vielleicht ist das daran, dass er jetzt doch langsam klarer wird, wir wollen alle Drogen regulieren und dann fällt die Entkriminalisierung gleich mit hinten runter, muss man gar nicht mehr erwähnen oder so, aber ja, steht nicht drin. Also wenn ich nicht jetzt mich total blöd verguckt habe. Gucken wir beide nochmal nach und beim nächsten Mal vielleicht wieder reinschreiben. Also dass die Kriminalisierung irgendwie überhaupt keinen sinnvollen Effekt hat, sondern schade, das wissen wir beide, dass ich das vertrete, ist ja sowieso hinlänglich klar und da gibt es auch bei Grünen keine zwei Meinungen drüber. Also da kann man sich nun wirklich drauf verlassen. Man wartet auf bestimmte Stichpunkte, die da reingehören. Dass man so eine Detaildiskussion hier jetzt führt, mache ich das natürlich auch nicht mit allen. Das ist das Gute, wenn man nicht so viele Details überhaupt so am Tisch liegt, die man diskutieren kann. Aber vielleicht können wir sozusagen uns darauf einigen, dass es ein sehr solides drogenpolitisches Programm ist und dass es auch echt fundiert ist, was wir da vertreten. An der Stelle nochmal an euch den Hinweis, der Wahlcheck des DHV, wo wir das tatsächlich schriftlich alles noch auseinanderdröseln. Also was genau steht in dem Programm? Wir haben die auch komplett zitiert, die drogenpolitischen Teile. Wir haben geguckt, welche Anträge sind da gelaufen in der letzten Legislaturperiode. Welche Aktionen haben die Parteien da gemacht? Und die Wahlprüfsteine, die sie uns beantwortet haben, können da alles genau nachlesen und dann hier bei den Interviews auch nochmal gegenchecken, war das alles korrekt, was die da erzählt haben? Lohnt sich im Blick auf unsere Seite. Noch ein so Nerd-Detail, für dich jetzt speziell, frage ich die anderen auch nicht, weil ich da davon ausgehe, wir haben sowieso keine Meinung der Partei dazu. Aber in den USA Gang und Gäbe, ja, und für unsere Ohren auch immer toll, wenn ich darüber berichten kann, in einem Bundesstaat wird legalisiert und sofort ist dann auch mitbestimmt, die Altfälle, die im Polizeikomputer da drin sind, werden alle komplett gelöscht, ja, wenn die im Prinzip jetzt, nach jetzigem Stand legal wären und keine Waffe dabei hatten, keine Gewaltanwendung und so, dann werden die halt komplett gelöscht und haben im Prinzip haben die wieder eine weiße Weste. Haben die Grünen dafür schon irgendwas vorgesehen? Steht es vielleicht sogar drin im Cannabiskontrollgesetz? Weiß ich nämlich gar nicht mehr selber genau. Nee, steht nicht drin. Ich finde, das wäre gut, ja, wenn das da drin stünde. Das wäre dann tatsächlich keine Aufgabe des Gesundheitsausschusses, sondern des Rechtsausschusses und ich fände es ab, jetzt gehe ich hier auf mein Mikro, dann macht das irgendwie komische Töne. Es ist sozusagen absolut plausibel, so eine Art Amnestine. Ich weiß gar nicht, ob das der richtige juristische Begriff ist, aber vielleicht könnte man das so nennen, einzuführen. Aber das ist etwas, das müsste man dann, wenn wir es schaffen würden, das Cannabiskontrollgesetz jetzt endlich mal zum Gesetzeststandard zu machen, dann muss man das regeln. Gut, okay, naja, dann habe ich doch noch im Detail gefunden, was nicht da drin steht. Ja, ansonsten tatsächlich eine wahnsinnige Vorlage. Nee, da steht wirklich nicht drin. Jetzt, Aber dann ist ja vielleicht ganz gut ein Cannabiskontrollgesetz, dann können wir das noch ergänzen. Ja, genau. Ja, da war ja auch wahrscheinlich, deswegen steht ja ein Einzelnen. Genau, weil es sein kann, dass man ein bisschen, dass da noch was überarbeitet werden soll. Also deshalb steht das da tatsächlich drin. Ich dachte, wir wären jetzt quasi über den Punkt schon weg, aber sonst sage ich das nochmal, um nicht in so eine Falle zu laufen. Da steht jetzt genau das mit dem Komma und dem Punkt und es ist überhaupt keine Entwicklung möglich. und das ist das Signal, dass Entwicklung zum Positiven auf Grundlage unserer Haltung, die ja hinlänglich bekannt ist, natürlich möglich sein muss. Zum Beispiel auch, was die ganze Besteuerung anbelangt, da kann man sicher noch mal ein bisschen differenzierter nachlegen, als das bisher der Fall ist. Da hat man jetzt auch einen neuen Vorschlag, den ich auch zum ersten Mal gehört habe, letztens zu sagen, okay, wir können ja einen hohen CBD-Gehalt steuerlich positiv gegenrechnen, sozusagen. Dann der Steuersatz wieder ein bisschen sinkt. Interessanter Vorschlag. Ich fand den, der kam ja in einer Anhörung und ich finde den nämlich auch gar nicht blöd. Und von daher, also darüber kann man noch mal nachdenken. Im Moment ist ja steuerlich vorgesehen, dass wir quasi nach Konzentration besteuern und dass man da noch mal so eine Subdifferenzierung macht nach THC und CBD. Also zumindest muss man darüber mal nachdenken. Ich bin noch nicht ganz final entschieden, sagen, wie streng man das dann macht, weil man muss natürlich darauf aufpassen, dass das, was dann in den Fachgeschäften zu bekommen ist, dass das nicht deutlich höher ist als das, was auf dem Schwarzmarkt sonst noch vielleicht angeboten wird. Und deshalb muss man da ein bisschen, also das erfordert richtig viel Fingerspitzengefühl, weil wir wollen ja die Chance eröffnen mit dieser, mit diesem Gesetz, also wenn das dann sozusagen Gesetzesgrundlage wäre und wir hätten Cannabis-Fachgeschäfte, dass die Menschen da wirklich hingehen, das zu einem sinnvoll akzeptablen und akzeptierbaren Preis auch kaufen können und dann eben auch genau wissen, was ist drin, ich weiß, es ist frei von Schadstoffen. Gut. Und vor allem frei von synthetisch auch zugesetzten Cannabinoiden, Riesenthema. Gut, ich glaube, jetzt haben wir wirklich genug rumgenördert über grüne Drogenpolitik, da haben die Leute jetzt, glaube ich, ein ganz gutes Bild. Nochmal zurück zu dir. Aber ist ja vielleicht auch das Interesse, ja, die Details. Das war der Sinn der Sache erstmal, ja. Das andere ist natürlich jetzt vielleicht noch ein bisschen bei Berg, aber trotzdem, du kannst dir ja vorstellen, offenbar auch höhere Ämter noch zu übernehmen, hast ja auch schon angestrebt mit der Bewerbung für einen Fraktionsvorsitz. Von daher muss ich bei dir ja schon die Frage stellen, was sind deine Ziele für die nächste Legislatur? Nehmen wir mal an, gehen wir mal davon aus, du kommst wieder rein, dich wieder als drogenpolitische Sprecherin begrüßen können oder müssen wir damit rechnen, dass du dann vielleicht, ja, Bundeskanzlerin vielleicht noch wirst oder was weiß ich ja, irgendwie Ministerin für irgendwas, Gesundheit meinetwegen oder so. Wie sieht's aus? Was sind so deine Pläne? Bei Bundeskanzlerin haben wir ja einen sehr guten Vorschlag, ja, mit Annalena Baerbock. Das wünsche ich mir auch wirklich ganz, also sehr, dass sie unsere nächste Kanzlerin wird, weil ich die beiden anderen Bewerber kann ich mir nicht als wirklich leitende Figuren in unserem Land vorstellen, keinen von beiden. Das weiß ich wirklich noch nicht. Es hängt ja wirklich total davon ab, kommen wir in die Regierung, was ich absolut hoffe oder bleiben wir in der Opposition, was ich etwas verschenktes Potenzial fände, ja, mit all dem, was wir so zu bieten haben und dann muss man gucken, wie sich das alles entwickelt, aber dass ich, dass mein Herz für Gesundheits- und Drogenpolitik schlägt, das ist ja mal hinlänglich bekannt und das wird auch so bleiben und wenn ich da mich irgendwie einbringen kann, dann mache ich das auch, also auch gern weiter in der Fraktion, aber das kann ich echt einfach noch überhaupt nicht beantworten. Okay, naja. Es ist jetzt auch kein Rumlaviere, sondern es ist einfach so, ja, wir wissen im Moment gar nicht, die Wahl ist ja, es ist ja im Moment alles offen, ja, und ich hoffe... Ich interpretiere das klare Antwort dafür, dass auch andere höhere Ämter möglicherweise denkbar sind, mal sehen, ja, wohin die Reise dann führt, das werden wir ja dann bald wissen, nach der Wahl. Ja, und da kann jede und jeder was für tun, ja, wie das da ausgeht. Also eventuell sehen wir uns ja dann bald schon wieder hier in so einem Interview oder du kannst an anderen Ebenen dann mitschieben wieder für die Legalisierung. Gucken wir nochmal zurück, nicht nach vorne. Du hast ja am Anfang schon erwähnt, es ist Drogenpolitisch nicht viel passiert jetzt in dieser Legislaturperiode, Cannabispolitisch vor allen Dingen nicht. Also ganz im Gegenteil, rein faktisch gesehen sind wir ja von Rekord zu Rekord gegangen, was die Fallzahlen angeht, die Strafverfahren und so, der Pressionsdruck ist immer größer geworden. Findest du das nicht frustrierend nach vier Jahren arbeiten da im Bundestag und so und argumentieren? Dass da gar nichts geht, nichts vorwärts geht? Und was sagst du Liegeleisern, die auch seit Jahrzehnten sich schon dafür einsetzen und sagen, bringt doch alles nichts, wird niemals legalisiert? Ja, ich würde halt sagen, es bringt eben doch was. Also ich finde, ich bin mit dem Ergebnis dieser, also mit dem Ergebnis, was die Bundesregierung präsentiert, Drogenpolitisch aus dieser Legislatur überhaupt nicht zufrieden. Ja, es ist ja wirklich ein leeres Blatt Papier. Ja, wir hatten die Aussicht, es gibt irgendwie einen großen Cannabis-Dialog. Nichts mehr von zu hören. Dann gab es die, diese Aussicht, es könnte Verbesserungen in der Substitution geben, soll jetzt nach Corona zurückgenommen werden. Dann gab es die Aussicht, es könnte irgendwie mit dem Drug-Checking weitergehen, auch wieder alles kassiert oder zumindest im Sande verlaufen. Also das Ergebnis dieser Legislatur auf dem Papier ist wirklich verheerend, ja, Drogenpolitisch. Nicht nur Drogenpolitisch, aber auch Drogenpolitisch. Aber ich bin überhaupt nicht frustriert und das ist jetzt auch nicht so Pfeifen im Walde, wir machen hier mal so einen auf positiv, sondern das empfinde ich so, weil ich ja weiß, wie die Debatten gelaufen sind. Ich weiß, wie die Debatten in den Anhörungen gelaufen sind, wie sie auch außerhalb der Anhörung im Gesundheitsausschuss gelaufen sind und ich weiß auch, dass es immer mehr Kolleginnen und Kollegen aus allen demokratischen Fraktionen gibt, die im Grunde verstanden haben, dass die Prohibition einfach nicht nur nichts nutzt, das wäre ja auch schon sozusagen ein Grund das aufzugeben, sondern richtig, richtig schadet und dieser Anteil ist höher geworden. Und auch so in der gesellschaftlichen Debatte, ich bin ja relativ viel eingeladen gewesen, bevor dann Corona kam, auch zu so fachärztlichen Podien, wo ich gebeten wurde, einfach als Expertin auch zu sprechen, in dieser vielleicht Doppelfunktion, Expertin und Politikerin in diesem Gebiet und auch da merke ich, die Offenheit auch der ärztlichen Berufsgruppe, auch der psychiatrischen Berufsgruppe für die Argumentation, dass die aktuelle Verbotspolitik einfach richtig, richtig schadet, das hat sich, also diese Offenheit, sich diesen Argumenten zu nähern, ist einfach größer geworden und ich habe auch den Eindruck, dass in den letzten vier Jahren das Wissen von vielen Menschen, nicht nur im Bundestag, sondern auch um zu, nochmal zugenommen hat, wie, also was eine vernunftgeleitete Drogenpolitik wirklich wäre und da habt ihr einen erheblichen Anteil dran, aber ich glaube schon auch, dass wir oder ich da auch einen gewissen Anteil dran haben und das ist, das macht mich froh, ja, dass ich denke, jede Person, die irgendwie eine vernünftige Meinung vertritt, dann wiederum in anderen Kreisen, ist ja eine gewonnene Person, also von daher glaube ich, dass wir in der Grundlage jetzt für die eine nächste Legislatur auf einer ganz anderen Ebene nochmal starten als vor vier Jahren, von daher bin ich mit dem Ergebnis null zufrieden, aber so mit dem Prozess irgendwie so ganz, zumindest so im Reinen. Also du sagst, also eigentlich ist die Forderung nach Legalisierung keine Provokation mehr, sondern ein legitimer Standpunkt, auch bei Leuten, die vielleicht nicht unbedingt dafür sind oder so, ja. Ja, und auch, also das fällt mir jetzt gerade ein, wo wir darüber nochmal so sprechen, dieses Wissen darum, dass eben Drogenpolitik nicht so ein Nischenthema ist für irgendwelche Leute, die jetzt selber konsumieren wollen oder den ganzen Tag konsumieren wollen oder keine Ahnung, sondern dass es, dass sich so langsam rumspricht, dass es um Jugend- und Gesundheitsschutz geht, aber natürlich auch um Innen- und Rechtspolitik und dass es auch um sowas wie Antirassismus geht und auch um Außenpolitik ist, dass also Drogenpolitik ein so wichtiges Thema für so viele verschiedene Politikbereiche sind, die dann letztlich wirklich jeden und jede in unserem Land betreffen, dieses Wissen, das hat auch zugenommen. Also dieses, dass man so komisch angeguckt wird, was machst du da für ein komisches Nischenthema, also das begegnet mir manchmal noch in Interviews, aber zunehmend seltener und das finde ich ist auch schon mal ein Erfolg. Du hast jetzt uns als Deutscher Handverband schon angesprochen, gerade nebenbei, ist eigentlich auch eine meiner Fragen, die ich jetzt in dieser Reihe mal gewagt habe, allen zu stellen, so im Rückblick, nach vier Jahren Drogenpolitiker-Dasein, wie denn die Rolle des DHV dabei eigentlich so eingeschätzt wird. Hast du da noch irgendwie mehr Feedback dazu irgendwie, als wir haben dabei eine Rolle gespielt in dem Prozess? Ja, ihr habt eine sehr, sehr gute Rolle gespielt. Also das ist jetzt, ist natürlich so ein bisschen ulkig, ja, wir sitzen hier zusammen auf dem Sofa, es ist euer Video und dann hört sich das vielleicht so ein bisschen an wie, naja gut, was soll sie machen, außer Honig um den Bart schmieren, aber es ist meine wirklich tiefe Überzeugung, diese total fundierte Positionierung, die ihr ja entwickelt habt, weiterentwickelt habt und auch immer in den Anhörungen reinbringt, das ist schon eine Stimme, die sehr relevant ist und auch gehört wird. Und auch dieses beständige Öffentlichkeit herstellen, also die Politikerinnen, Politiker, ja nicht nur mich, sondern auch andere zu so Talks einladen, zu Statements zu bitten und das dann wieder auch sozusagen interessierten Menschen zur Verfügung zu stellen, das ist natürlich unheimlich wichtig, weil wir würden ja im Parlament, also es würde ja auch gar nicht so viel bekannt werden von dem, was wir da die ganze Zeit diskutieren und auch vertreten, wenn ihr das nicht bekannt machen würdet und ich glaube schon auch, dass dieser beständige Druck, ja, dass ihr immer wieder nachfragt, wie ist denn eure Position und so für, also für diese Entwicklung, du hast es ja angesprochen, dass wir inzwischen nicht mehr so isoliert sind als Grüne in unserer progressiven Drogenpolitik, sondern manch andere da jetzt sozusagen mit ins Boot kommen, das ist, glaube ich, schon auch Folge eurer Arbeit und das ist absolut wichtig, weil man wird die Legalisierung von Cannabis nicht als einzelne Person oder als einzelne Partei erreichen können, sondern das kann man in einem, also im politischen Kontext, im Bundestag nur, wenn man Mitstreiterinnen und Mitstreiter findet und das kann man auch nur, wenn es eine wirkliche Seite an Seite mit Leuten in der Zivilgesellschaft auf der Straße gibt und das ist, glaube ich, also kann man gar nicht hoch genug schätzen, eure Arbeit da. Ne, wunderbar, dann machen wir nach der Wahl mit Vollgas weiter so. Ja, das würde ich empfehlen und ich hoffe aber, dass wir irgendwie im nächsten Koalitionsvertrag dabei sind und was auf den Weg kriegen, ja, dann könnt ihr immer noch weitermachen, weil es wird wahrscheinlich ja nicht reichen. Irgendwelche Details wird es auf jeden Fall noch zu Regeln geben, aber damit sind wir auch beim letzten Punkt eigentlich jetzt, wie geht es weiter, welche Koalition wäre die beste für Legalisierung, was würdest du sagen? Also ich, wirklich, die, wo wir Grünen möglichst stark in der Regierungsverantwortung sind, also ich würde mal unterstellen, dass von denen, die überhaupt potenziell koalieren könnten, wir da die entscheidendsten Treiberinnen in Koalitionsverhandlungen wären und es gibt sicherlich, also was völlig klar ist, die Union hat die ganze Zeit auf der Bremse gestanden, also das muss man einfach konzertieren, das wäre, da müsste man schon sehr, sehr viel ziehen, aber vielleicht ist auch das nicht unmöglich, und bei der SPD ist es, ist es nicht immer ganz eindeutig, da gibt es natürlich Kollegen, der Kein Blut ist ja schon angesprochen worden, der da einfach eine sichere Bank ist, aber es gibt auch viele, die da nicht sicher sind und die man vielleicht genauso ziehen und drücken müsste, also von daher so ganz klar, wenn wir das machen, dann ist es quasi durch und wenn wir das andere machen, dann geht gar nichts, so sehe ich das nicht, sondern für mich ist klar, also je stärker wir werden, umso wahrscheinlicher wird es. Starke Grüne, okay, und das heißt, dann willst du wahrscheinlich jetzt auch nicht sagen, für wie wahrscheinlich du insgesamt grundsätzlich eine Legalisierung nach der Bundestagswahl hältst. Es geht gar nicht darum, ob ich das sagen will, ich würde das am liebsten sagen, ja, nur ich weiß es wirklich nicht, ich weiß, dass wir das auf Grundlage unseres Cannabis-Kontrollgesetzes, das ist für uns der Standard, ja, wenn wir in der Koalitionsverhandlung wären, das ist das, was auf dem Tisch liegt und das würden wir mit sozusagen Werf und Vernunft und all der Argumentationsmacht, die uns zur Verfügung steht, vertreten und dann müsste man gucken, ja, also wie weit das geht, also meine große Hoffnung ist, aber wer mich kennt, weiß ja, ich habe, also ich mache irgendwie keine Versprechen auf so ungedeckte Schecks oder so, aber ich kann sagen, wofür wir uns einsetzen und meine große Hoffnung ist, dass es, also das mit Stillstand einfach nicht mehr weitergeht, weil sich das so rumgesprochen hat, wie schädlich die Prohibition ist und dass das noch dem konservativen Markenkern quasi geschenkt wird, vernünftig ist das nicht. Gut, dann danke ich dir, Himmert, für dieses Gespräch, du musst gleich weiter zur nächsten Abstimmung losrennen, wieder in der Entwicklung. Genau, es geht jetzt um die Flutopfer. Ich hoffe, es hat euch was gebracht, ihr habt es immerhin geschafft bis zum Ende, ja, schön, dass ihr dabei geblieben seid, die jetzt noch da sind. Nochmal der Hinweis, guckt euch die anderen Interviews an, guckt euch die Diskussionsrunde an, die große und unseren Wahlcheck mit den Programmen und so weiter und an dieser Stelle verabschieden wir uns und bis zum nächsten Mal. Und wo winke ich jetzt in die Kamera? Tschüss, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.